Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de.vr. Heute habe ich nochmal einen kleinen Hardware-Test für euch oder sagen wir mal Zubehör-Test. Und zwar gibt es das sogenannte Facial Interface Set for Oculus Quest in der Version 2 von VR Cover. Da haben wir zwei Gesichtseinsätze und drei Nose Guards, also quasi diese Gummilappen für die Nase. Und das schauen wir uns mal an. Wir packen das mal aus und dann bringen wir das mal an. Und dann sage ich euch mal, was ich davon halte und natürlich am Schluss, was das kostet. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meinen Sponsoren. Woodghost VR, Opperman Events, Andi de Felsa VR, Ambassador, Alphablend Interactive und Virtual Escape. Viel Spaß mit dem Video und los geht's. Voodoo.de So, dann schauen wir uns mal an, was hier drin ist. Wir haben hier den Karton. So ist er bei mir angekommen. Und wir schauen mal rein. So, wir haben hier einmal natürlich das Lens Cleaning Cover wieder, damit wir unsere Linsen reinigen können. Dann haben wir hier zwei Einsätze, zwei Schaumstoffe. Und zwar einmal das Comfort, das ist dünn. Nee, sorry, das Standard, das ist dünn, damit ihr dann quasi näher an der Linse seid. Und dann haben wir das Comfort, das ist dicker und da habt ihr dann mehr Platz unter der Linse, wenn ihr zum Beispiel eine Brille tragen wollt oder so. Dann haben wir hier einmal diesen Gummie-Einsatz, den wir dann gegen das Original austauschen, damit wir das Cover anbringen können überhaupt. Und wir haben drei Naseneinsätze. Einer ist schon dran. Und dann haben wir hier noch zwei. Also es gibt einen dicken, mittel und dünnen. Ich habe jetzt glaube ich nicht so den riesen Zinken, deswegen habe ich jetzt mal den kleinen dran gemacht hier. Und das ist sehr, sehr frickelig. Ich will das jetzt auch gar nicht wieder abmachen, weil das sieht so ganz gut aus. Und das ist sehr, sehr frickelig. Dann müsst ihr hier diesen Nippel da durch die Lasche ziehen und dann ist das da fest angebracht. Es ist sehr, sehr tricky, das anzubringen. Aber jetzt machen wir das hier einfach mal ab. Das ist das Original von der Oculus Quest. Und wir machen dann jetzt hier den roten dran. So. Das sieht auch schon ganz interessant aus. Sieht rot aus. Und jetzt nehme ich mal das dünne Cover hier und bringe das mal hier dran. So. 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 Jetzt muss ich mal gerade schauen. Ja, sieht gut aus. So. So sieht das aus. Das ist halt, hier sieht man den roten Nose Guard. Und ich habe das jetzt hier angebracht. Und hier sieht man da auch direkt schon. Wir haben gerade 40 Grad hier im Studio. Und ich bin ganz fies am Ölen. Wenn ich das jetzt einmal kurz hier dran halte, dann seht ihr hier auch schon, wie die ganze Suppe hier läuft. Das ist natürlich der Nachteil von diesen Ledercovern. Das läuft alles runter. Der Vorteil ist, dass man es leicht natürlich jetzt abwischen kann. Das saugt sich nicht voll und wird dann nicht eklig. Man kann es halt abwischen. Dafür läuft die Suppe halt in die Brille. Hat alles seine Vor- und Nachteile. So. Jetzt gibt es zwei Varianten. Einmal könnt ihr diese Gummilaschen hier unter den Schaumstoff tun. Das bedeutet dann, ihr habt einfach mehr Platz für eure Nase. Aber man kann das auch... Moment, ich mache das mal gerade. Hier oben drüber machen. So sieht das dann aus. Dann kommt weniger Licht in die Brille. Ja, ich bevorzuge das hier. Kommt natürlich darauf an, wie ihr euch fühlt. Und das setzen wir uns jetzt mal auf. Und ja, ich kann tatsächlich bestätigen, hier kommt kein Licht mehr von unten in die Brille. Aber, was ich jetzt gerade sehe ist, weil dieser Gesichtseinsatz, der ist rot. Und ich habe jetzt hier ein relativ helles Studio. Und da leuchtet quasi das Rote von dem Kunststoff durch. Nicht von unten, aber von den Seiten. Wenn ihr nicht so einen extrem hellen Raum habt wie ich, kann euch das egal sein. Aber das fällt mir halt so ein bisschen jetzt auf. Bequem ist es aber. Es ist bequem. Aber das müsst ihr natürlich selber für euch entscheiden, ob ihr gerne Ledercover haben wollt oder nicht. Wir haben ja bei der Original Oculus Quest diesen Schaumstoff. Und hier ist das halt Kunstleder. So. Es ist bequem. Dieser Nose Guide ist wunderschön. Wenn wir das mal hier vergleichen. Der originale Quest-Einsatz, der hat überhaupt keinen Nose Guide. Das ist einfach nur hier unten so ein Bogen. Und hier haben wir jetzt schön diese Gummilappen. Die mag ich sehr, sehr gerne. Ich bin ein großer Fan von diesen Gummilappen. Und da haben wir halt, wie gesagt, diese drei verschiedene Einsätze. Ja. Da sind auch noch zwei andere. Die könnt ihr auswählen. Und das gefällt mir wirklich gut. Also das ist es mir wirklich wert dann. So. Jetzt ist natürlich die Frage. So. Mir gefällt es insgesamt gut, muss ich sagen. Das Set, was ihr hier gerade gesehen habt im Karton, kostet 29 Dollar. Ja. Plus Versand. Da könnt ihr auch wieder zwischen Standard und Express wählen. Und natürlich je nachdem, welchem Land ihr wohnt, kostet das unterschiedlich viel. Das seht ihr dann aber natürlich auf der Webseite. Die findet ihr unter dem Video. Wenn ihr über meinen Link kauft, wäre das natürlich wunderschön. Da kriege ich noch ein bisschen was für. Wenn ihr das nicht machen wollt, geht ihr einfach auf vrcover.com. Aber vielleicht entscheidet ihr mich ja ein bisschen zu unterstützen. Wie gesagt. Also das Leder, da muss man natürlich Fan von sein. Ich persönlich bin eher Fan von Stoff. Aber ich weiß, dass viele Fan von Leder sind. Aber mir gefällt halt dieser Noseguard super. Und die 29 Dollar. Nun gut, das muss jeder für sich selber wissen, ob er das ausgeben will. Vom Materialwert ist es vielleicht ein Drittel höchstens. Oder noch weniger. Aber gut. Was gibt es schon für Alternativen? VR-Cover ist halt nun mal die bekannteste Firma, die das macht. Ja. Ich hoffe, das hat euch gefallen, Leute. Wenn ja, Daumen nach oben. Wenn ihr Bock habt, mich zu supporten. Auf anderen Wegen findet ihr im ersten Kommentar angepinnt. Und auch in der Beschreibung. Zum Beispiel Patreon, YouTube, Membership. Da kriegt ihr hinter den Kulissen Videos. Oder kauft eure anderen Sachen über Amazon, über meinen Link. Das wäre auch super. Ja. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Ciao. Voodoo. Voodoo. Woodoo. 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 Untertitelung des ZDF, 2020